hallo freunde hallo abonnenten in nah und fern hallo bastler ich begrüße euch der sturm fegt über europa und deutschland und hat auch nicht dass die ansche verschont mein halber dachfest liegt vorne auf straße neben meinem auto bei meinem nachbar die blei abdeckung von seinem haustal zu meinem haustal ist weg geflogen ist auf meinen terrassen vordach geknallt und hat es natürlich durchschlagen weil es blei ist chaos hier und auch chaos bei meinen e mails aber nicht betreffend des sturms sondern ich bekomme in der letzten zeit vermehrt meldung die arne kannst du helfen mein atomizer wird nicht mehr von meinem box von meinem mod erkannt ist aber kaputt kannst du helfen leute ist ganz einfach euch fehlt dass ein hiezing und zwar ist das so dass die neuen mods ich weiß nicht warum alles schlappe federn haben beim 510er dann ist es so dass beim atomizer der plusbo nicht weit genug rauskommt ja der also echten problem hat richtig und kontakt zu bekommen in der box ja und schon geht es los ich habe darüber schon mal ein video gemacht das verlinkt ich unten im kommentarfeld guckt euch das an denn so ein hiezing hat vorteile er leitet die wärme besser ab euer mod wird oben nicht so heiß von der temperatur des atomizers kurz und bündig kurz und schmerzlos das waren die aktuellen news von der tianche und jetzt nehmen wir mal wieder mein leser schwert nummer zwei die warme 9 mit dem liquid feeder obendrauf der next era und ganz oben drauf das drittipp von olsen möge der dampf weiterhin mit euch sein bis zu einem meiner nächsten videos tschüss bye bye winke winke sagt eure diane die smokewolke und tschüss tschüss